Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nach Wendelstein gefahren zum Ben und wir machen heute eine Game of Bike Challenge. Er auf sein BMX Rad und ich auf mein Dirt Rad und ich würde sagen, schnick schnack schnuck, wer anfängt. Okay, er fängt an, let's go. Okay, Ben will NoFoodFlat machen. Okay, mal schauen, ob ich das auch noch hinbekomme. Über die Brücke können balancieren. Mitten dort. Mann ey! Also Ben hat B, weil er hier über diese Brücke nicht drüber fahren will und er eben Angst hat, da runter zu fallen. Okay, B für Ben. Weiter geht's. Wenn wir jetzt hier eine typische BMX Aufgabe machen, 360 flat. Naja, was machen wir eigentlich, wenn man die Vorgabe nicht schafft? Auch Buchstaben? Nee, ist ja nicht so richtig. Okay, also wenn man Vorgaben nicht schafft, gibt es keinen Buchstaben. Und jeder hat wieder einen Säcken für das Try. Mario will über das Todesgap springen, ohne was zu berühren. Da hat er es geschafft. Spencer, ein Try. OneFootCan. Jetzt bin ich gespannt, wie er da noch drüber kommen will. Okay, Ben macht jetzt hier in dieser kleinen Bank da einen 360 Drop. Ach komm, sei doch leise, scheiß B. Jetzt auch mit einem grandiosen 360 Drop. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Mit dem B mit X. Somit hat Fabio ein B. Äußern sie sich dazu, dass sie ihn nicht geschafft haben. Ist nicht schlimmer, ich hab's auch noch nie probiert. Er ballert an. Wird er es schaffen. Und er hat es erfolgreich absolviert. Jetzt ist Azi sein Turn. Natürlich hier nochmal ein bisschen zum Angeben. Boah, okay. Okay, Ben will da jetzt die Mauer hoch. Da. Und dann ein klein Manual und irgendwie wieder runter. Mies, wenn man die Vorgaben nicht schafft. Was sagst du dazu? Ich weiß ja, ich soll nichts gesehen haben. Aber will das Kaninchen machen. Die Treppen in Hüpferchen runter. Bei wieder solche hässlichen Try-Bag-Aufgaben. Wow, ist das gut eng. Ist doch alles scharf. Ja, was ist das? Hatt. Boah. Haben sie dazu zu sagen, wie Känguru. Alles gut, schade, dass ich mein Try-Bag nicht dabei hab. So, jetzt ist Ben dran, das Hasen-Kängurukaninchen hier die Treppen runter zu machen. Mach recht. Okay, was hast du jetzt? Bi, K oder Bi? B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B. Was hast du jetzt? Bi oder Bi-K? Bi. Okay, Bi. Also, Ben will da jetzt irgendwas mit dem 180 machen. Ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung, was er meint. Grüß. Vorgabe ist schon wieder nicht geschafft. Was sagst du denn dazu? Nicht gut? Okay, ich bin dran. Haben wir das Manipad Manipad Manipad? Und er schafft es. Okay, jetzt ist Ben dran. Er sagt, er macht das immer zum aufwärmen. Also sollte er es ja eigentlich jetzt schaffen. Jo, er ist weizig. Also Ben will jetzt hier irgendwas an dieser Bank machen. Darf ich dich mal kurz fragen, wie man den überhaupt andreht? Danke. Fabio probiert es auch. Fabio nimmt sein Second First Try. Wird er es schaffen. Komm, einen gebe ich dir noch. Einen gibst du mir noch? Ja. Okay. Nice. Also ich komme jetzt davon hier hoch, an der Mauer da entlang, an diesem Stein, der das hoch steht, abziehen und dann hier auf dem Gehweg. Ben hält mal drauf. So, jetzt ist Ben dran. Okay, ich glaube, mit dem BMX ist es halt auch echt uncool, ne? Und? Zieh da ab. Ah, da bist du dann auf dem Gehweg gekommen. Hi Ben. Aber du kriegst noch einen Versuch, weil du mir gerade auch einen gegeben hast. Ben kriegt jetzt von mir noch einen Versuch, weil er mir gerade auch einen gegeben hat. Und ja, was mit dem BMX echt mies ist da oben. Jo. Ben will von den zwei Stufen da einen 180 machen. Ne. Seid doch leicht. Wie soll ich den schaffen, Alter? Noch einer? Wisst du noch? Fabio, wirst du, ob wir das einen Try-Bag-Schnitt machen? Ab, hüpft jetzt rum. Ja, das zählt definitiv. Ne, schön. Nächstes Handy kaputt, ne? Ja. Ben, zeig doch mal das Display. Zeig doch mal bitte. Ben und ich haben uns jetzt gerade darum gestritten, ob ich ein Buchstaben, also ob meine Challenge zählt oder nicht, weil ich ja rum bin und dann hier hinten quasi abgesetzt habe. Also dann, ich wollte als Zugabe runter. Und ihr dürft jetzt entscheiden. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, ob meine Challenge zählt oder ob sie nicht zählt. Wir spielen jetzt weiter. Okay, Ben will jetzt auf dem Parkplatz schon wieder einen Free-Six-Di-Flat machen. Also wenn du sie gleich immer Try-Bag-Aufgaben machen kannst. Einfach nur, weil ich immer Try-Bag-Aufgaben mache. Nein, war das ein Free-Six-Di? Komm, gib mir noch einen solchen Try-Bag. Ja, okay, du darfst es nochmal probieren, aber der muss dafür jetzt schöner sein, ja? Okay, ich gehe nicht mehr. Sorry für den Ton, aber es ist gerade echt windig. Und Ben kriegt jetzt noch einen zweiten Versuch. Los! Fuß abgesetzt! Er hat gerade gesagt, dass er ihn safe kann. Ich bin safe normalerweise. Also er kann die safe normalerweise. Scheinbar doch nicht. Das heißt, er hat jetzt seine Vorgabe verkackt und jetzt bin ich dran. Mach doch nochmal, Ben. So, der zählt jetzt zwar nicht als Vorgabe, aber Ben will jetzt einfach nochmal für sich einen probieren. Das ist jetzt schon belastend. Zwei nicht geschafft und jetzt einen dafür richtig sauber. Fabio probiert von dieser Mauer runter zu trocken. Warte, Fabio, warte. Bevor, das ist nicht, ich komme mit der dichter Mauer, da ist nur so ein Spalt. Und das probiert er jetzt. Zieh! Ach so, okay. Ben ist dran. Also Ben muss es jetzt ja... Ben muss es jetzt eigentlich machen, weil sonst hat er verloren. Weil ich habe ja BI und er hat BIK schon. Also wenn er jetzt das E kriegt, dann hat er definitiv verloren. Ja. Ben ist hier hart am... Wie heißt das? Strugglen? Am Strugglen? Okay. Seine Hose ist schon voll, deswegen hat er auch immer so weiche Hosen. Dann müsst ihr wissen, dass wenn er sich in die Hosen macht, dass viel Volumen Platz ist. Machst du nicht? Machst du nicht? Wenn ein Ninja Drops geht auch, okay? Nein. Okay, also jetzt macht er dafür Ninja Drops, aber es zählt halt nicht, ne? Okay, wenn du jetzt den Ninja Drops first try schaffst, ne? Ja. Dann lasse ich ihn auch zählen. Okay. Ja, komm, noch ein wenig niedriger, ne? Alter, ich habe ja keine Ding mehr. Yes! Also das war es mit dem Video. Ich habe gewonnen, so wie die letzten vier Male auch schon. Ich werde aber definitiv nochmal herkommen und dann... Ich werde abgezogen in den Skatepark. In den Skatepark. Dann gehen wir in den Skatepark und dann könnt ihr euch kaputt lachen, weil ich bin auch kein Parkfahrer. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann... Schlag die. Das ist ein Like und ein Abo da, aber alles kann, nichts muss. Da bis zum nächsten Mal.